Friedrich Lopau Friedrich Lopau ist schon am frühen Morgen in Mannheim abgefahren. Er will einen Freund in Rosenheim besuchen. 20 Kilometer vor München hat er die Autobahn verlassen, um zu tanken und Mittag zu essen. Ja, wird schön. Ja, dann geht's Ihnen. Guten Appetit. Sind Sie noch nicht gut? Sind Sie noch nicht gut? Doch, doch, doch. Sind Sie schon recht weit gefahren heute? Na ja, von Mannheim her. Na, das ist aber schon ein Schlauch. Ich glaube, ich habe schlecht geschlafen heute Nacht, das ist alles. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee trinken? Das ist eine Idee, aber eine anständige Idee. Entschuldigung. Frau Lenn, noch was? Ich müsste mal mit meiner Frau telefonieren, also nach Mannheim. Ferngespräch. Geht es bei Ihnen? Freilich. Gehen Sie mit mir an die Ticket? Ja. So, Deutschlandherr. Hübschen. Kann ich? Ja, bitte. Hallo, Hanna. Ich bin's. Ich bin da kurz vor München. Ich bin grad von der Autobahnrunde abgetankt. Bis Rosenheim sind es noch ungefähr 80 Kilometer. Ich denke, dass ich so in einer Stunde beim Konrad bin. Du, es geht. Vorhin da war ich schon mal müde, aber jetzt? Außerdem trinke ich grad einen Kaffee. Nee, ich bin da, ich bin in der Wirtschaft. Ich hab auch noch was gegessen. Einen Schweinebrater und ein Kloß. Was ist denn jetzt los? Warum soll ich denn keinen Schweinebrater essen? Also, hör schon mal. Was soll denn das heiße schwer auf dem Mager liegen? Wegen dem bisschen Zeug, also bitte ich wirklich. Sag, mein Lieber, wie geht's mit dem Arm von der Mama? Hat sie auch Geschmerzen? Hm. Sehr gut. Und der Gips, wie kommt sie da damit zurecht? Hättest du halt sie doch mitfahren können. Ich hab's ja gleich gesagt. Aber es ist immer das alte Lied. Wenn mit der Mama irgendwas ist, dann bin ich einfach abgemeldet. Also, das ist doch wahr. Der Konrad wird sich auch sein Teil denke, wenn ich plötzlich alle getanzt komme. Ach, schon mal. Ich komm mir schon ganz blöd vor, ist wirklich. Ich fang nicht mit dem alten Zeug an, ja? Außer dem muss ich weiter. Äh, vor allem... Haben Sie einen Marge bitte oder sowas? Keine. Okay. Dann möchtest du auch gleich zusammen. Ja. Bitteschön. Hm. Dann haben wir einen Schweinsbrun und Knödel, gell? Ja. Und ein Bier war's. Ein Bier und den Kaffee. Jawohl. Und das Telefon. Und das Telefon. Und den Margen bitte. 23,80. 22,80. Da. Stimmt's. Dankeschön. Bitteschön. Also dann... Grüß dich. Wiedersehen. 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 Einer Karten? Oh, ja. Dankeschön. Bitteschön. Wird die Hölbe weiß? Ja, freilich. Machst du noch einen? Ja, so gern noch. Alles Gutes. Warten wir, solange nicht mehr da waren. Habt ihr ihn jetzt da rumdrehen? Oh, mei. Jetzt musst du mal was da einmal umeinander schauen. Ist das denn eine Bausteine? Nein, nein. Vor allem. Entschuldigung. Ja? Muss ich mal ganz blöd fragen. Wie komm ich jetzt zurück zur Autobahn? Links oder rechts? Links natürlich. Ach, richtig. Dankeschön. Bitteschön. Ein bisschen deppert ist der Fall schon. Da kommt er grad von der Autobahn und jetzt weiß er nicht mehr, wie er zurückkommt. Ja, er weiß schon. Auf einem Autobahnparkplatz 25 Kilometer vor München hat das Ehepaar Jakobi, das von einem Skandinavienurlaub zurückkommt, noch einmal Rast gemacht. Besonders Iris Jakobi, die im fünften Monat schwanger ist, freut sich darauf, bald zuhause zu sein. Du hast ja schon alles eingepackt. Ja. Noch ein Stück Tee? Da muss ich ja gleich wieder zur Toilette. Willst du noch ein bisschen rumlaufen oder wollen wir wieder? Wie lange fahren wir denn? Höchstens eine halbe Stunde. Dann haben wir's geschafft. Geht's dir gut? Sehr gut. Mit dem Putzi auch. Von mir ist keine Gefahr. Na prima. Jetzt freu ich mich aber wieder auch zu Hause. Ich bin gespannt, wie es in meinem Garten aussieht. Ob mein Salat noch was geworden ist. Den werden viele niedliche kleine Schnecken verspeist haben. Hoffentlich nicht. Die Jakobis haben auf ihrer Reise mehr als 3000 Kilometer ohne einen Unfall zurückgelegt. Sie ahnen nicht, dass sie noch auf den letzten Kilometern in einen schweren Unfall verwickelt werden. Und zwar mit dem aus Mannheim kommenden Friedrich Lopau, der falsch in die Autobahn einfährt. Auch die Hubsignale eines Hamburger Autofahrers lassen ihn seinen folgenschweren Irrtum nicht erkennen. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Meister. Ja, ich will den Geisterfahrer melden. Ja, ein Klamourmündig. Vergeben Sie Gericht mit der Polizei. Polizei, bitte sprechen. Ja, da ist bei Garching einer falsch reingefahren. Der fährt jetzt in Richtung Esching, also Richtung Nürnberg auf der falschen Seite. Ja, verstanden. Wir schicken sofort der Fahrzeug hin. Wie ist Ihr Name? Kruse, Michael Kruse, Hamburg. Mein Allgemeiner Nordruf von Brummi 33. Eben ist bei mir ein Geisterfahrer vorbeigefahren, kurz vor Garching. Habe verstanden. Brummi 17, habe verstanden. Danke für die Warnung, Kollege. Melde mich wieder, wenn er mir entgegenkommt. Roger. Viele Lkw-Fahrer haben CB-Funk und können ihre Kollegen vor gefährlichen Situationen warnen. Oft noch vor den offiziellen Verkehrsfunkmeldungen. Zwischen Eching und Garching kommt ihnen der Fahrzeug entgegen. Bleiben Sie bitte am äußerst scheuert sein. Ich verstehe nicht, wie man bei helllichem Tag falsch auf die Autobahn fahren kann. Du, Angelika, das ist bei uns. Der kommt uns entgegen. Wieso? Wir sind doch eben an Eching vorbeigefahren. Die haben doch gesagt, zwischen Garching und Eching. Mensch, du hast recht. Was machen wir jetzt? Na ja, rechts fahren. Wollen wir nicht lieber anhalten? Quatsch. Auf der Autobahn anhalten. Dann fahr wenigstens nicht so schnell. Wir müssen doch zum Flughafen. Ein Polizeifahrzeug fährt dem Geisterfahrer entgegen, um ihn zu stoppen. Außerdem ist ein Polizeihubschrauber gestartet. Das ist doch ein Blöder, sag mal. Hinter! Da kommt ein Geisterfahrer! Hallo ihr beiden! Was ist? Fahrt ihr auch nach München? Ich kann nichts verstehen! Ich kapiere das nicht! Hinter! Rock'n'Roll Music! Was ist? Auf, Radio 1! Was ist denn los mit euch? Ach! Kannst du nicht endlich den Laster überholen? Der stinkt so. Mir ist schon ganz schlecht. Der ist mir zu schnell. Dann halt bitte einen größeren Abstand. Okay. Die Jakobis hängen jetzt hinter Brummi 17 und möchten ihn überholen. Brummi 17, der Typ kommt mir tatsächlich entgegen. Bin gespannt, wann er merkt, dass er falsch ist. Oh Mann! Jetzt wird's aber gekratzt. Der ist voll in den Camper gedonnert. Und jetzt noch zwei. Mein Gott! Das sieht schlimm aus. Gib durch und sag, dass die Autobahn zu ist. Ich schau mal nach, wie viele Leute verletzt sind. Habt ihr auch Verletzte? Ja! Einen! Ist aber nicht so schlimm! Los! Gib durch! Drei schweren! Ein Eichverletzter! Bring Verbandskasten und eine Brechstange mit! Der Gurt rettet dem Geisterfahrer Friedrich Loppao und dem Ehepaar Jakobi das Leben. Verdammt! Was ist denn mit der Tür los? Meine Frau, wir kriegen gleich eine Brechstange, wir holen sie raus! Auch Wolfgang Jakobi ist schwer verletzt. Das ungeborene Kind von Frau Jakobi wird diesen Unfall nicht überleben. Im Krankenhaus verliert sie durch den Unfallschock ihr Kind. Es sieht schlimmer aus als es ist. Das ist nur eine Platzwunde. Der Autoflirter, der ebenso wie die Jakobis keinen Verkehrsfunk gehört hat, ist auf den Mini aufgefahren und mit einer Platzwunde davon gekommen. Weil der alte Mini keine Kopfstützen hat, werden die beiden jungen Mädchen starke Kopf- und Nackenschmerzen bekommen und einen Arzt aufsuchen müssen. Trauriges Ende einer Geisterfahrt. Also mir ist es ja immer noch und immer wieder unverständlich, wie sowas passieren kann, dass man zum Geisterfahrer wird. Gott sei Dank enden ja nicht alle Geisterfahrten so schrecklich wie bei diesem mit Schwerverletzten und einem toten Kind. Aber ich frage mal unseren Studiogast, das ist Polizeikommissar Leb vom Polizeipräsidium Oberbayern. Wie ist es denn, in wie vielen Fällen bei Geisterfahrten kommt es denn zum Unfall? Bei etwa 1800 Falschfahrten, die jährlich in der Bundesrepublik passieren, ereignen sich nicht bei allen diesen Falschfahrten Verkehrsunfälle, sondern nur bei einem Prozentsatz von etwa 20 Prozent der ermittelten Falschfahrten, ereignen sich Verkehrsunfälle. Wie ist denn der Unterschied zwischen den gemeldeten und den ermittelten Fällen? Ja, nur etwa ein Drittel der im Jahr gemeldeten Falschfahrten wird von der Polizei ermittelt und hinterher ausgewertet. Und wie kommt es zu so einem, zu einer Geisterfahrt? Nach den Untersuchungen, die gemacht wurden, steht fest, dass zum überwiegenden Teil an Aus- und Einfahrten falsch gefahren wird. Dass an Autobahnkreuzen die Orientierung verloren wird und dann eben an nicht dafür vorgesehenen Stellen von der Autobahn in eine andere Richtung gefahren wird oder gewendet. Was sind denn die Ursachen für diese Orientierungslosigkeit, die plötzliche Müdigkeit oder Alkohol? Speziell zur Müdigkeit ist wenig Aussage vorhanden, denn wer gibt gerne zu, übermüdet gewesen zu sein. Beim Alkohol lässt sich dies leichter feststellen, denn eine hinterher durchgeführte Blutentnahme belegt dann, dass Alkohol im Spiele war. Beim Alkohol ist mit einem Prozentsatz von etwa 30 bis 35 Prozent bei den ermittelten Falschfahrten zu rechnen. Wie wird denn eigentlich die Polizei benachrichtigt und wie geht sie vor, wenn ein Geisterfahrer dann gemeldet ist? Es kommt immer darauf an, ob ein Polizeifahrzeug in der Nähe ist und von welcher Richtung aus das Polizeifahrzeug an das falsch fahrende Fahrzeug heranfährt. Also hier waren die ja todesmutig, sind ihm entgegengefahren. Man könnte darauf jenseits der Leitplanke parallel fahren, nicht? Ja, dass das auch nicht immer gelingt, das ist sicherlich klar. Manchmal wird ja auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen, nicht? Bei Tageslicht sicher ein gutes Einsatzmittel, denn er ist erstens mal schneller und beweglicher und durch einen eingebauten Außenlautsprecher ermöglicht... Kann er mit dem Geisterfahrer sprechen? Er spricht ihn an, fahren sie rechts ran, also aus der Sicht des Geisterfahrers gesehen rechts ran und halten sie an. Nun haben unsere beiden Mädchen, die waren ja sehr ängstlich, die eine hat gesagt, fahr wenigstens langsam oder halte besser. Dann hat die andere gesagt, das darf man nicht auf der Autobahn. Darf man denn nun oder nicht? Es ist zwar generell verboten, auf der Autobahn anzuhalten, aber hier in diesen Ausnahmesituationen würde ich sagen, da steht das Halteverbot nicht entgegen. Welche Altersgruppen, Herr Lehm, sind es denn nun? Sind es mehr die Älteren wie in unserem Fall oder sind es die ganz Jungen? Wer fährt falsch? Wer ist Geisterfahrer? Nach den Auswertungen der ermittelten Falschfahrten ist es so, dass alle Altersgruppen gleichmäßig hier bei den Falschfahrten beteiligt sind. Also es ist keine spezielle Altersgruppe, die hier besonders hervortritt. Was macht man denn als Geisterfahrer, wenn man merkt, man hat es jetzt falsch gemacht? Ich würde dem Geisterfahrer empfehlen, sofort, so weit als möglich, sich von der Fahrbahn nach rechts zu entfernen, wenn er auf der Überholspur fährt. Also den Zwischenraum zwischen Fahrbahn und Mittelschutzplan genützen und dort anzuhalten. Und dann, aber nur dann, wenn wirklich kein Fahrzeug weit und breit zu sehen ist, versuchen zu wenden, um wieder in die richtige Fahrtrichtung zu kommen. Ansonsten abwarten, bis die Polizei diese Stelle absichert und ihm ein gefahrloses Wenden ermöglicht. Und Herr Hertel, Frage an Sie. Wie reagieren denn die Versicherungen auf Geisterfahrer? Wir befassen uns mit den Unfällen, mit den Schäden, die die Geisterfahrer verursacht haben. Wir entschädigen die Verkehrsopfer, wie in jedem anderen Fall auch. Und Problem sind die Vollkaskoversicherungen. Wenn der Geisterfahrer sein PKW vollkaskoversichert hatte und da Ansprüche stellt, wird er wohl leer ausgehen. Weil wohl in all diesen Fällen grobe Fahrlässigkeit vorliegt, wie sicher in diesem Film hier auch. Und bei grober Fahrlässigkeit keine Ansprüche bestehen. Danke Ihnen. Die beiden jungen Mädchen aus Ingolstadt haben durch den Unfall ihren Urlaubsflug nach Afrika verpasst. Ihr Flugschein ist verfallen, das Auto kaputt. Bei Bahn fahren sie nach Ingolstadt zurück, lassen sich sofort ärztlich untersuchen und gehen am Montag zu einem Rechtsanwalt. Angelika Schweigert ist Drogistin, ihre Freundin Julia Löschner, Sekretärin bei Audi. So, Sie haben einen Unfall gehabt. Was sieht's? Ja, mit einem Geisterfahrer. Geisterfahrer? Ja. Erzählen Sie mal bitte, gerade Sie vielleicht. Ja, also wir fahren auf der Autobahn zwischen Garching und Eching und wir hören da so eine Meldung, dass ein Geisterfahrer kommt. Vor uns fuhr einer mit einem Wohnwagenanhänger und der hat anscheinend die Meldung nicht gehört gehabt. So, jetzt müssen wir noch mal eins nach dem anderen hier, lassen wir das alles auf die Reihe kriegen. Das war so die Autobahn und hier kam Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Ja, und da war eben auch noch, die Autobahn war ursprünglich dreispurig und die wurde dann, da war eine Baustelle und wurde also zweispurig so. Welche Spur war dann gesperrt? Die rechte. Was hatten Sie denn für ein Auto? Ein Mini Cooper. Ein Mini. Und vor Ihnen war ein Gespann, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, der scherte plötzlich aus, um zu überholen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er die Meldung nicht gehört, dass da ein Geisterfahrer kommt. Aber vor dem Wohnwagen war noch ein anderes Kfz. Ja, da war ein LKW, den er überholen wollte. Und den wollte er überholen, fuhr links raus und da kam dann dieser Geisterfahrer entgegen. Und dann hat es gekracht. Na, und hinter mir fuhr einer, der fuhr zuerst schon die ganze Zeit neben uns und wir haben versucht ihm klarzumachen, dass da ein Geisterfahrer kommt. Er wollte nämlich mit uns flirten, ich habe ja gleich gesagt. Was wollte er flirten? Ja, ja. Auf alle Fälle ist er dann endlich wieder zurückgefahren, hat sich hinten uns angeschlossen, aber so dicht, dass der musste einfach auffahren. Sie meinen also, er wäre für die Geschwindigkeit, die Sie bzw. er gefahren ist, zu nah drauf gewesen? Ja. Wer saß jetzt in Ihrem Kfz am Steuer? Ich. Sie sind Frau Schweigert. Und wer war denn Eigentümer von dem Kfz? Ich. Darf ich mal gleich fragen, waren Sie angeschnallt? Ja. Beide? Ja. Und hat das Auto Nackenstützen? Nein. Keine Nackenstützen? Sehr Mann. Ja, ich habe vorsichtig gefragt, aber lag auf der Hand. Wir wollten nach Genia fliegen am Freitag. Und durch den Unfall konnten wir jetzt nicht zum Flughafen mehr kommen. Und wir haben dann eben auch gleich von der Polizeistation das Reisebüro angerufen und gefragt, ob man irgendwie noch nachfliegen kann oder ob das ersetzt wird. Und die haben gesagt, dass das nicht geht. Naja, dieser, dieser. Die haben gesagt, wir haben auch keine Reiseversicherung abgeschlossen. Sie meinen, eine Ausfallversicherung? Eine Ausfallversicherung. Ja, ja. Darf ich mal vorab schnell fragen, Sie waren beide beim Arzt. Hat er denn ein Attest schon irgendwie ausgeschrieben? Was steht da drin? Haben Sie es dabei zufällig? Halswirbelsyndrom. HBS-Syndrom. Schleudertrauma. Sie kriegen also, so wie es ausschaut, die Reise aufgrund der Körperverletzung ersetzt. Wobei ich jetzt gleich sagen muss, es können Interessenkonflikte auftreten. Nämlich, wenn die Fahrerin sie jetzt möglicherweise auch falsch gehandelt hat, dann hätte die Beifahrerin unter Umständen Ansprüche gegen die Fahrerin. Wegen des möglichen Interessenkonfliktes bittet der Anwalt Fräulein Löschner für einen Moment, das Büro zu verlassen. Er möchte von Fräulein Schweigert wissen, ob man ihr, in Zusammenhang mit dem Unfall, einen Fahrfehler vorwerfen könne. Sie ist sich keiner Schuld bewusst. Der Anwalt fragt sie dann nach den Kosten für die Afrika-Reise. Die hat also rund 2500 Mark gekostet. Diese Ausfallversicherung, die hätte noch 75 Mark gekostet und das haben wir uns eben gedacht, das brauchen wir nicht. Momentan, können wir so sagen, haben Sie Glück im Unglück. Denn wegen der Körperverletzung kriegen Sie also diese Reise, die Kostenreise, kriegen Sie ersetzt. Wie gesagt, die Krawatte hilft Ihnen insofern weiter. Jetzt darf ich mal bitten, was hatten Sie denn noch für Zusatzkosten neben der Reise? Was haben Sie noch aufgewendet? Sie sind von, wo sind Sie hergekommen? Von Ingolstadt. Besteht Ihnen die Möglichkeit, dass Sie dann hinterher irgendwie noch Ihren Urlaub nehmen oder auch vom Betrieb her das nicht nehmen können? Oder stehen da zwingende betriebliche Belange entgegen? Ja, wahrscheinlich geht das nicht. Sie wissen, Sie haben einen Anspruch auf Urlaub und Sie können eigentlich einem Arbeitgeber gegenüber das schon quasi zwangsweise durchsetzen. Eine andere Frage ist, ob Sie einen Strafantrag stellen wollen. Was ist das? Wenn wir sagen, Sie legen Wert darauf, dass der Fahrer oder die Fahrer, die Sie hier möglicherweise falsch verhalten haben, strafrechtlich verfolgt und dann auch bestraft werden. Wenn Sie da Wert darauf legen, müsste man einen Strafantrag stellen. Wir könnten Ihr Geld, was auch immer Sie zu kriegen haben, können wir auch so kriegen, ohne dass Sie einen Strafantrag stellen. Ja, dann brauchen wir eigentlich keine. Also wenn Sie ja nicht wollen, lassen wir was. Nein, ich glaube nicht. Angelika Schweigert will also gegen den Autoflörter Manfred Plesko keinen Strafantrag stellen, obwohl sie verletzt ist und er ihren kleinen Mini zu Schrott gefahren hat. Der Anwalt spricht dann auch mit Julia Löschner unter vier Augen. Sie will im Gegensatz zu ihrer Freundin Strafantrag gegen Manfred Plesko stellen. Sie fand sein Verhalten auf der Autobahn unverantwortlich. Vielleicht hat sie sich ja auch geärgert, dass er mit ihrer Freundin mehr geflirtet hat als mit ihr. Wie dem auch sei, sie bescheinigt ihrer Freundin korrektes Fahren und will gegen sie keine Ansprüche stellen. Bekomme ich denn das alles ersetzt? Also ich meine jetzt meine Flugreise und Schmerzensgeld und den Ausfall. Mein Urlaub ist futsch, die 14 Tage. Ich kann Sie aber auch in gewisser Weise trösten. Wenn Sie die leichte Körperverletzung nicht, dann wäre es für Sie sehr schwierig, überhaupt Ansprüche geltend zu machen, um die Reisekosten ersetzt zu bekommen. Was? Das ist also so, dass die Eigentümerin des Kfz Ansprüche durchsetzen kann, auch auf Ersatz der Reisekosten. Sie saßen mit drin, sind aber weder Eigentümerin noch Fahrerin, sondern sind nur Beifahrerin und können zumindest aus dem Eigentum dann keine Ansprüche geltend machen. Im Endeffekt wäre es dann da hinaus gelaufen, dass ihre Freundin die Reise ersetzt bekäme und sie sie nicht ersetzt bekäme. Ach! Die Einbuße an Urlaub, zwar da sie jetzt nicht in Kenia Urlaub machen, sondern zu Hause im Krankenbett sind, wird es kein Ersatz geben. Das wird zwar in gewissem Umfang berücksichtigt im Schmerzensgeld, aber mit dem Schmerzensgeld müssen wir uns vor überhöhten Erwartungen hüten. HWS-Trauma, so wie es aussieht bei Ihnen, gibt erfahrungsgemäß 1.000 bis 1.500 Mark, je nach Großzügigkeit. Und wenn Sie dann noch, sagen wir mal, 200, 300 Mark von Urlaub kriegen... Muss ich froh sein, wahrscheinlich. Müssen wir froh sein. Jetzt würde ich sagen, jetzt holen wir Ihre Freundin schnell nochmal rein. Mhm. Frau Schenk, schenken Sie die Frau Schweiger nochmal rein, bitte. Der Anwalt teilt ihr mit, dass ihre Freundin keine Ansprüche an sie stellen will. Es gibt also keinen Interessenkonflikt. Der Anwalt kann beide gegenüber der Versicherung vertreten. Ihr Schmerzensgeld wird genauso hoch sein, wie das von Frau Beschner. Mhm. Zwischen 1.000 und 2.000 Mark, je nachdem. Ich würde sagen, wir machen gegen die Versicherung mal 1.500 Mark wegen dem HWS-Trauma und 500 Mark wegen der entgangene Reise geltend. Gleichzeitig die Reisekosten würden wir geltend machen. Dann die Anreise nach Ingolstadt. Benzin, was da alles aufgetreten ist. Kriegt man auch ein bisschen was. Und wie ist das jetzt mit meinem Auto? Ich meine, das Auto hat total Schaden. Oh ja. Haben Sie eine Vorstellung, was das Auto heute noch wert ist? 900.000. Für das Geld kriege ich nie wieder so ein Auto. Für das Geld kriege ich nie wieder so ein Auto, hat Angelika Schweigert gesagt. Und ich kann es gut verstehen, dass sie ihrem kleinen roten Mini nachtrauert. Aber Herr Hertel, das ist ja immer das leidige Problem nach einem Unfall. Ja, natürlich wird Fräulein Schweigert nicht genau wieder den roten Mini kriegen, den sie gehabt hat. Aber sie wird von der Versicherung so viel Geld kriegen, nämlich den sogenannten Wiederbeschaffungswert, womit sie dann ein gleichwertiges, gleichartiges Auto wieder kaufen kann. Das kann auch ein roter alter Mini sein, das kann aber auch ein Fiat sein oder ein VW. Da Angelika Schweigert im Moment sowieso nicht Auto fahren kann, schlägt ihr der Anwalt vor, statt eines Leihwagens, den sie für acht bis zehn Tage zum Kauf eines neuen Wagens beanspruchen könnte, lieber eine sogenannte Nutzungsentschädigung in Anspruch zu nehmen und dieses Geld mit zum Kauf ihres Ersatzminis zu verwenden. Während die beiden jungen Mädchen noch recht glimpflich davon gekommen sind, liegt Wolfgang Jakobi mit einem schweren Trümmerbruch seines rechten Beines im Krankenhaus und seine Frau, die ihr Kind verlor, musste in psychiatrische Behandlung. Auch der Geisterfahrer Friedrich Loppau befindet sich noch in einem Münchner Krankenhaus. Als ein richterlicher Beschluss über die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis in Mannheim eintrifft, bittet seine Frau telefonisch eine Anwältin, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Sind Sie schon verletzt? Na ja, das ist gebrochen da unten. Oh wei. Die Mädels haben sie mir rausgenommen. Oh, das ist alles schlimm. Das heißt, meine Frau hat mich angerufen und hat gesagt, da ist ein Schreiben gekommen von der Behörde, dass die den Führerschein kassiert haben und behalten wollen vorläufig, weil ich einmal falsch gefahren bin und dann hätte ich getrunken und dann soll ich übermüdet gefahren sein. Ja, stimmt das denn, dass Sie betrunken gefahren sind oder Alkohol? Ach Quatsch, Entschuldigung. Ja, ja, ist gut. Ich habe am Tag vorher überhaupt nichts getrunken. Ich habe an diesem Tag mittags getrunken ein Bier. Wann war denn der Unfall genau? 13.30 Uhr ungefähr bin ich aus der Wirtschaft raus. Ich denke, das war um 10 Minuten später oder sowas. Ich bin vorher am Tisch eingeschlafen. Es war heiß und ich habe gegessen. Dann habe ich noch mit meiner Frau telefoniert und habe mich noch geärgert. Und ich habe auch schlecht geschlafen in der Nacht vorher. Und da hat nebendran ein Kind geplärt die ganze Nacht. Woher kamen Sie denn? Aus Mannheim. Von zu Hause. Aus Mannheim, ja. Und wann sind Sie da losgefahren von Mannheim? Um 6 Uhr in der Früh. Mhm. Weil ich unterwegs noch was erledigt habe. Sonst... Also Sie hatten praktisch eine Pause. Eine halbe Stunde habe er in Würzburg Station gemacht, erzählt Herr Lopau. Und dann noch einmal 5 Minuten Pause auf einem Rastplatz. Gegen 12 Uhr sei er dann von der Autobahn abgefahren, um günstig zu tanken und Mittag zu essen. Außer dem schon erwähnten Bier habe er, nach einem telefonischen Streit mit seiner Frau, einen Magenbitter getrunken. Dann sei er zur Autobahn zurückgefahren. Wie ist denn das passiert, dass Sie da falsch auf die Autobahn auffahren? Haben Sie da eine Erklärung oder... Also das ist die Frage, die ich mir selber dauernd vorlege und ich weiß es nicht. Glauben Sie, dass Sie deswegen wegen dem Streit mit Ihrer Frau so in Gedanken waren, dass Sie vielleicht deswegen die Auffahrt verpasst haben? Ich kann nicht sagen, dass ich es denke, aber ich kann sagen, das ist das einzige, was mir überhaupt einfällt. An den Unfall erinnere ich mich überhaupt nicht. Da haben Sie gar keine Erinnerung? Keine Erinnerung. Und an wie weit können Sie sich noch erinnern? Ich bin auf der Autobahn gefahren, mir kamen Fahrzeuge entgegen, da haben sogar ein paar geblinkt. Da habe ich gedacht, das ist eine geteilte Fahrbahn, das ist eine Baustelle und da kommen mir halt Fahrzeuge entgegen, wie es das ja immer wieder gibt auf der Autobahn. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber wie schnell sind Sie ungefähr gefahren? 80. Und dann ist mir ein Lastwagen entgegengekommen und der hat so gemacht. Und dann plötzlich so, habe ich gedacht, ich bin auf der falschen Fahrbahn. Dann haben Sie es gemerkt, also bei dem LKW-Fahrer? Das weiß ich noch. Da habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Da habe ich gedacht, was muss ich jetzt machen? Umdrehen, das geht nicht. Es kamen Autos entgegen und dann habe ich nochmal abgebremst. Ich weiß nicht, wie viel. Und dann weiß ich wieder, wie es weh getan hat und dann haben die an mir rumgezerrt und dann weiß ich aber wieder nichts mehr. Und dann bin ich im Dings aufgewacht, im Intensivstation. Sie hatten also einen ziemlich schweren Unfall. Sind denn der andere auch noch dabei verletzt worden? Ja, also was mir die Polizei gesagt hat, bin ich mit einem Auto zusammengestoßen. Da waren zwei Leute drin und hinterher sind noch zwei andere, ist einer auf ein anderes Auto drauf gefahren. Sind die Leute schwer verletzt oder wissen Sie da was? Genau wie schwer, weiß ich nicht. Die Polizei war schon bei Ihnen, oder? Ja. Haben Sie da Angaben zur Sache gemacht? Ich habe gesagt, ich kann nichts sagen, ich weiß nichts. Sind Sie vorbestraft? Nein. Von irgendeiner. Nein, 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 nein. Also auch nicht mit Verkehrs-, mit Autosachen. Wissen Sie, es kommt mir fast blöd vor. Ja. Gerade mit dieser Geschichte. Aber ich muss es Ihnen sagen. Ich habe nicht eine einzige Strafe wegen Falschparken, wegen zu schnell fahren, wegen falsch überholen oder nichts. 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 Was mir zu schaffen macht, ist die Überlegung, ich bin Beamter. Was kann mir jetzt passieren? Nein. Wenn da Zeugen für die Müdigkeit da sind und sie Ihnen nachgewiesen werden kann, dann schaut es natürlich übel für uns aus. Aber ich war nicht müde, wie ich aufgestanden bin. An einem kommen wir sicher nicht vorbei und das ist die Körperverletzung. Das ist zwar eine fahrlässige Körperverletzung, so wie Sie es mir schildern, aber es kann trotzdem Folgen haben, ja. Das ist auf jeden Fall klar, dass unsere Verteidigung darin bestehen muss, dass Sie ja nicht über 90 Tagessätze bekommen und ja nicht über drei Monate, auch wenn Sie zur Bewährung ausgesetzt sind. Das heißt Gefängnisstrafe? Ja, ja. Aber das ist Bewährung dann. Sie sind ja nicht vorbestraft, wie Sie mir gesagt haben. Aber dann bin ich es. Dann sind Sie nicht vorbestraft, weil bis zu drei Monaten gilt man als nicht vorbestraft. Das Einzige, wo ich mir noch vorstellen könnte, wo wir wirklich Chancen haben, das ist eben die Straßenverkehrsgefährdung. Da müssen wir schauen, dass man das wegbekommt. Es ist natürlich so, wenn die Ursache Übermüdung und Alkohol ist, dann ist es für Sie natürlich schlecht. Wenn das also dazukommt, diese, was haben Sie gesagt, Verkehrsgefährdung? Straßenverkehrsgefährdung, ja. Straßenverkehrsgefährdung. Was könnte dann maximal passieren mit mir? Das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte, ist, dass Sie zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt werden, was für Sie natürlich auch wieder beamtenrechtliche Folgen haben dürfte. Und natürlich den Entzug der Fahrerlaubnis. Gefängnisstrafe dann über drei Monate, oder? Gefängnisstrafe über drei Monate, ja. Und dass Sie unter Umständen, das muss ja nicht sein, aber unter Umständen mit einem Disziplinarverfahren rechnen müssen. Sind Sie eigentlich rechtsschutzversichert? Ja. Ja, das ist ja günstig. Mannheimer Assikuranz. Frau Rechtsanwältin, da habe ich noch eine Frage. Ich bin doch Kasko-versichert mit 1000 Mark Selbstverteidigung. Und der Wagen ist, wie die Polizei gesagt hat, Schrott. Könnten Sie sich da irgendwie mit der Versicherung gleich in Verbindung setzen und dass das auch geregelt wird? Das Geisterfagen könnte Ihnen als grob fahrlässig ausgelegt werden und dann bekommen Sie nichts von der Versicherung, selbst mit Kasko-Versicherung. Das ist sauber. Du zahlst und zahlst und zahlst und dann passiert dir irgendwas und sagst, ha, 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 nee, nix ist. Sauber, sauber. Dann müssen wir eben im Strafprozess auch darauf hinwirken, dass eben das nicht als grob fahrlässig dargestellt wird. Ich meine, darauf kommt es jetzt dann an. Entschuldigung. Die Versicherung wird mit Sicherheit in Ostern abwarten. Entschuldigung. Ich bin jetzt, Sie können nichts dafür, ich weiß es. Ich mach doch nichts. Ich kann das schon verstehen, wenn Ihnen die Nerven durchgehen. Deswegen ist es etwas. Gut, jetzt beruhigen Sie sich wieder. Ich komm wieder vorbei nach der Akteneinsicht. Und dann kann ich Ihnen auch schon mehr sagen. Können Sie sich vorstellen, ein Leben lang nichts passiert, nicht einmal falsch geparkt oder sowas. Ich glaube, niemand möchte im Moment in der Haut von Friedrich Lopau stecken. Eine Freiheitsstrafe steht im Raum, Entzug der Fahrerlaubnis für längere Zeit, mögliche Auswirkungen auf seine Beamtenlaufbahn und eventuell auch noch der Verlust seines Vollkasko-Versicherungsschutzes. Doch nun zum Ehepaar Jakobi, dessen Urlaubsende ein Ende mit Schrecken war. Iris Jakobi leidet immer noch unter Depressionen, weil sie ihr sehnlichst erwartetes Kind verlor. Ihr Mann lag drei Monate mit einem zertrümmerten Bein im Krankenhaus. Herr Doktor Jakobi. Ah, ja. Nach seiner Entlassung besucht Dr. Jakobi, der freiberuflicher Chemiker ist, sofort eine Rechtsanwältin. Er macht sich nicht nur Sorgen um seine Frau und die Heilung seines Beins, sondern auch um seinen Lebensunterhalt. Sie haben diesen schweren Unfall gehabt, gell? Ja. Was ist denn alles passiert? Ich meine, Sie haben doch schwere Verletzungen. Vielleicht erst meine Frau. Ihre Frau zuerst gut, ja. Die war die Beifahrerin. Sie war die Beifahrerin, auch angeschnallt. Ein Schlüsselbeinbruch, das rechte Schlüsselbein. Rechts, ja. Und dann war hier eine Platzwunde am Haaransatz. Ist sie in die Scheibe geschleudert worden, oder? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, wie das entstanden ist. Jedenfalls hat sie jetzt doch eine 6 cm lange Narbe. Ja. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie, sie hatte ja einen Abgang, sie war in der 18. Woche schwanger. Ja. Und... Wie alt ist denn Ihre Frau, wenn ich fragen darf? 36. Und es ist Ihr erstes Kind, wäre das gewesen? Ja. Und es war ein Wunschkind? Ja. Ja. Und wir haben länger drauf gewartet. Und ist der Abgang direkt nach dem Unfall gewesen? Ja. Das Fruchtwasser ist schon im Notarztwagen teilweise abgegangen. Und natürlich, sie konnte nach einer Woche entlassen werden, aber jetzt ist natürlich dieser psychische Schock ist so stark, dass das unser eigentliches Problem jetzt ist. Ach du lieber Gott. Und bei Ihnen selbst? Ja. Ich hatte einen Unterschenkelbruch, rechter Unterschenkel gebrochen. Mhm. Dann einen komplizierten Trümmerbruch des rechten Oberschenkels. Dann drei Rippen gebrochen. Um Gottes Willen. Und jetzt bin ich gestern entlassen worden. Vor drei Monaten habe ich im Krankenhaus gelegen, davon acht Wochen völlig still. Und erst in zwei Jahren kann man wahrscheinlich sagen, ob es überhaupt wieder... Und Sie wollen wahrscheinlich verständlicherweise mal wissen, wie das jetzt wegen Schmerzensgeld aussieht, gell? Ja, deswegen bin ich hier. Ja. Es liegt mir zwar im Moment gar nicht, um Geld zu feilschen, aber wir haben kein Geld. Ich bin freiberuflich, meine Frau ist freiberuflich. Ach so. Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Chemiker. Aha. Und Ihre Frau? Meine Frau ist Töpferin, aber jetzt kann sie ja gar nicht mehr arbeiten. Sie ist in psychiatrischer Behandlung seit dieser Woche, wo sie entlassen wurde. Und sie kann... Es geht überhaupt nicht. Sie hat bis jetzt bei einer Freundin gelebt, die hat sie aufgenommen. Jetzt hole ich mal hier eine Tabelle. Da gibt's nämlich so eine Zusammenstellung von Schmerzensgeldbeträgen, die die Versicherungen aufgrund von Urteilen in der Vergangenheit gezahlt haben. Einer Frau, die in der 25. Woche durch einen Verkehrsunfall ihr Kind verlor, wurden vor Gericht 10.000 Mark Schmerzensgeld zugesprochen. Und einem Mann, der ebenfalls durch das Verschulden anderer einen offenen Trümmerbruch seines Beines erlitt, 8.000 Mark. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die Verletzten angegurtet waren. Die Anwältin will diese Beträge auch für das Ehepaar Jakobi geltend machen. Für den PKW mit Wohnwagenanhänger wird die Haftpflichtversicherung von Herrn Lopau nur den Wiederbeschaffungswert von 15.000 Mark zahlen. Sie waren beide angegurtet? Ja, wir waren beide angegurtet. Sonst hätten wir das gar nicht überlebt. Bei dem Zusammenstoß? Unser Leben, das lag so schön vor uns, wissen Sie? Und plötzlich... Unverständlich, wie so ein Geisterfahrer, wie so was passieren kann. Ich meine, bei Dunkelheit vielleicht noch nachvollziehbar. Aber am helllichten Tag, bei schönem Wetter, gell? Hatten Sie zufällig das Radio eingeschaltet? Da ist doch oft über diese Verkehrswelle... Wird so mitgeteilt, Achtung, Autobahn sowieso, Geisterfahrer, war da nichts. Ich hatte klassische Musik an und hab nichts gehört. Hab nichts gehört. Vielleicht in Zukunft. Sie sind ja bei diesem Unfall, Sie und Ihre Frau, verletzt. Ja. Sie könnten... Der Geisterfahrer hat ja garantiert mit einem Strafverfahren zu rechnen. Ja. Sie könnten beantragen, dass Sie Nebenkläger sind. Die Anwältin kann als Nebenklägervertreterin schneller Akteneinsicht bekommen, will aber kurz vor der Gerichtsverhandlung die Nebenklage wieder zurückziehen, wenn die Schuldfrage keine Zweifel offen lässt. Aber Dr. Jacobi wird in jedem Fall als Zeuge geladen. Ja. Und da würde im Prinzip Ihre Frau auch geladen. Ja. Wenn natürlich der Psychiater zum Beispiel sagt, das ist eine zu große seelische Belastung, das nochmal zu schildern, da kommt ja das Kind zur Sprache und so. Ja. Dann könnte man sicherlich beantragen, dass Ihre Frau nicht erscheinen muss. Was würden Sie denn sagen? Sie kennen Ihre Frau ja, ich kenne Sie ja nicht. Ich würde es ihr überlassen. Man muss eben jeden Tag hoffen, dass der Zustand Ihrer Frau sich bessert, gell? Ja. Ich hoffe es auch. Wann kann ich jetzt mit Geld rechnen? Also ich verspreche Ihnen, ich diktiere sofort was und werde mich dann sofort mit dem Sachbearbeiter telefonisch in Verbindung setzen, damit der sofort mal eine akzeptable Summe überweist. Und wenn die Versicherung das Wiedererwachten nicht tut, können Sie auf Kosten der Versicherung einen Kredit aufnehmen. Neben allen Sorgen und Schmerzen, die die Opfer von Verkehrsunfällen erleiden, müssen Sie sich auch noch mit den Versicherungen auseinandersetzen, Unfallberichte und Schadensmeldungen ausfüllen, und die Höhe ihrer Schmerzensgeld- und Schadensersatzforderungen aushandeln. Herr Hertel, soll man sich eigentlich in jedem Fall einen Anwalt nehmen? Ich meine, ich denke jetzt auch mal an die Kosten. Und fühlt sich eine Versicherung durch einen Anwalt unter Druck gesetzt? Wenn ein Unfall zu Verletzungen geführt hat und Schmerzensgeld- und Verdienstausfallansprüche zur Debatte stehen, dann sollte sich der Verletzte der Hilfe eines Anwalts bedienen. Und die Versicherungen zahlen auch die Kosten für diesen Anwalt. Unter Druck gesetzt fühlen Sie sich dadurch gar nicht. Im Gegenteil. Es gibt Fälle, in denen Versicherer Verletzten empfehlen, einen Anwalt sich zu nehmen. Was ist mit dem Schmerzensgeld? Glauben Sie, dass die Anwältin mit ihren Forderungen durchkommt? Ich meine 10.000 Mark für das ungeborene Kind und 8.000 Mark für das Bein? Die Vorstellungen sind nicht ganz unrealistisch. Die Gerichte sprechen für den Verlust eines ungeborenen Kindes Beträge zwischen 6.000 und 10.000 Mark zu. Für einen schweren Trümmerbruch 8.000 Mark kann in Ordnung sein. Es hängt von dem Ergebnis der Heilbehandlung ab. Was ist, wenn sich dann ein Dauerschaden herausstellt, dass der Mann sein Leben lang humpelt zum Beispiel? In dem Augenblick, in dem man definitiv die Frage des Schmerzensgeldes lösen will und darüber entscheiden will, sollte die Frage des Dauerschadens einigermaßen geklärt sein durch medizinische Gutachten. Was ist mit dem Verdienstausfall? Wie lange bekommt man ihn? Wie hoch ist er in diesem Fall? Verdienstausfall bekommt man, solange man wegen des Unfalls kein Einkommen beziehen kann. Man bekommt den Verdienstausfall in dem Augenblick, in dem man ihn durch geeignete Unterlagen nachweist. Im Fall des Dr. Jakobi ist bestimmt schon während seiner monatelangen, wochenlangen Krankenhausbehandlung Verdienstausfall entstanden, hätte er sich gleich an die Versicherung gewendet, hätte er sicher heute schon Geld. Wenn er gekonnt hätte. Fünfeinhalb Monate nach dem Unfall findet die Gerichtsverhandlung statt. Da Dr. Jakobi noch ohne Auto ist, hat eine Freundin von Frau Jakobi sie und ihren Mann zum Gericht gefahren. Hier werden Sie zum ersten Mal den Geisterfahrer sehen, den Angeklagten Friedrich Loppao. Friedrich Loppao, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung, das ist es. Warum ist denn der nur wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt? Der hat doch unser Kind getötet. Iris, bitte. Bleib ruhig. Unser Kind war ja doch noch gar nicht geboren. Aber es hat doch schon gelebt. Das verstehe ich auch nicht. Ich finde, da müsste auch wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Herr Loppao, Sie haben jetzt ja die Anklageschrift auch gesehen. Bei gehöriger und zumutbarer Sorgfalt hätte er erkennen müssen, dass er übermüdet und aus diesem Grunde nicht mehr verkehrstüchtig war. Ich bin verkehrstüchtig. Das ist Unfug. Ich war ganz normal verkehrstüchtig, wie immer. Ja, jetzt drängen Sie sich mal nichts auf, aber es gibt jetzt auch eine Zeugin dafür. Wofür? Dass ich nicht fahren konnte oder was? Ihre Übermüdung, diese Kellnerin. Aber wie ich rausgefahren bin, weiß ich. Ja, das ist jetzt natürlich auch der Hauptpunkt, worauf es in der Hauptverhandlung jetzt ankommt. Dass wir diese Übermüdung wegbekommen. Wenn es nicht gelingt, dann haben wir wirklich Pech gehabt. Ach, Entschuldigung, dass ich störe. Sie sind doch der Herr Loppao, der Geisterfahrer, ne? Ich würde gerne so ein Interview mit Ihnen machen und so hören wir das. Entschuldigen Sie bitte, können Sie dann bitte die Hauptverhandlung abwarten, nach der Hauptverhandlung. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mit ihm reden. Okay, abgemacht. Später, ja? Okay, danke. Was ist denn das für ein Mensch? Reporter scheint's. Muss ich denn was sagen? Sie müssen überhaupt nichts sagen. Was macht hier Mini? Tja, der ist Schwott. Haben Sie einen neuen? Naja, ich habe mein Geld ja schon von Ihrer Versicherung bekommen. Für meinen Vater habe ich mir noch ein bisschen Maskelin und dazu habe ich mir einen neuen gekauft. Also gebrauchten Neun. Na gut, wenn mein Vater hat. Meiner hat auch, ich glaube so einen Schaden, 2007 ein paar zerquetschte. Oh, ich habe jetzt auch einen neuen. Ja, was? Und schnell, Sie können mich auch. Probieren wir heute Abend aus. Ja? Vielleicht. Die Beteiligten in Sachen Lopau, bitte in den Sitzungssaal. Sie sind also erschienen in der Sache. Lopau, der Angeklagte sind Sie. Ich würde schon nehmen Sie hier Platz, Herr Lopau, mit seiner Verteidigerin. Und als Sachverständiger, Herr Dr. Gilk vom Institut für Rechtsmedizin. Die Richterin ruft die Zeugen auf und belehrt sie über ihre Wahrheitspflicht. Es sind erschienen Dr. Wolfgang Jakobi und seine Frau Iris Jakobi, Angelika Schweigert, ihre Freundin ist nicht geladen, Manfred Plesko, die Kellnerin Betty Schrettl, der Hamburger Michael Kruse, der Lkw-Fahrer Paul Schuster und der Polizeiobermeister Thalhammer. Die Zeugen müssen den Saal wieder verlassen. Dann erinnert die Richterin den medizinischen Sachverständigen an seine Wahrheitspflicht und stellt die Personalien des Angeklagten Friedrich Lopau fest. Er ist verheiratet, 51 Jahre alt, von Beruf Amtsinspektor bei der Stadtverwaltung in Mannheim. Anschließend verließ der Staatsanwalt die Anklage. Am 2.08.1985 gegen 13.35 Uhr fuhr der Angeklagte mit seinem Pkw von der B471 aus Richtung Hochbrück kommend an der Einfahrt Garching in die Bundesautobahn Nürnberg-München ein. In Folge Übermüdung übersah er die beidseitig aufgestellten Verbotsschilder und Richtungspfeile auf der Fahrbahn und fuhr deshalb in falsche Richtung in die Bundesautobahn ein, sodass er auf der Fahrbahn für den Verkehr Richtung München in Richtung Nürnberg fuhr. In Höhe von Kilometer 516,5 kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wohnwagengespann des beteiligten Dr. Jakobi. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Eigenschaden in Höhe von 7.000 D-Mark und ein Fremdschaden in Höhe von 15.000 D-Mark. Die beteiligten Dr. Wolfgang Jakobi sowie Iris Jakobi wurden bei diesem Unfall schwer verletzt. Die im viereinhalbten Monat schwangere Iris Jakobi verlor aufgrund des Unfalles ihre Leibesfrucht. Bei gehöriger und zumubarer Sorgfalt hätte der Angeklagte bemerken können, dass er übermüdet und aus diesem Grunde nicht mehr verkehrstüchtig war und deshalb falsch in die Bundesautobahn eingefahren war und damit den vorhersehbaren schweren Unfall vermeiden. Eine beim Angeklagten am 2.08.85 um 14.55 Uhr entnommene Blutprobe ergab einen BHK-Mittelwert von 0,35 Promille. Der Angeklagte wird daher beschuldigt. Im Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge körperlicher Mängel nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen und hier durch Leib oder Leben zweier anderer sowie fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet zu haben, wobei er fahrlässig handelte und die Gefahr fahrlässig verursachte und durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung zweier anderer verursacht zu haben, strafbar als ein Vergehen der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit zwei rechtlich zusammennetzenden Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Lopau, Sie haben die Anklage gehört. Ich belehre Sie darüber, dass es Ihnen frei steht, sich zur Sache, also zu der Anklage zu äußern oder auch nicht. Sie hatten sich bisher im Ermittlungsverfahren nicht geäußert. Wie wollen Sie es heute halten? Ich will mich äußern. Sie möchten also Angaben haben? Alles, was ich sagen kann. Jawohl, gut. Zunächst macht Herr Lopau Angaben über seine persönlichen Verhältnisse. Er verdient netto 2350 Mark. Für die Berechnungen einer eventuellen Geldstrafe wird auch der Verdienst seiner Frau, sie verdient 1167 Mark, dazugerechnet. Allerdings werden auch die monatlichen Aufwendungen von 1400 Mark für sein Reihenhaus berücksichtigt. Die Richterin bestätigt, dass Friedrich Lopau keinerlei Vorstrafen hat und auch keine Punkte in Flensburg. Bei der Vernehmung zur Sache interessiert sich die Richterin auch für den Tag vor dem Unfall. Es war ein normaler Arbeitstag, sagte Lopau, und ins Bett bin ich schon um 22 Uhr gegangen. Dass ihn während der ganzen Nacht Kindergeschrei gestört hat, verschweigt er. Wie war die Nacht? Hast du gut geschlafen? An sich schlafe ich sehr gut. Ich war ein bisschen aufgeregt vielleicht wegen der Fahrt und weil meine Frau nicht mitfahren wollte oder konnte. Wo solltet ihr denn die Fahrt eigentlich hinführen? Nach Rosenheim. Aus welchem Anlass? Da ist ein Schulkamerad von mir, hat seinen 51. Geburtstag, der hat mich eingeladen, oder uns eingeladen eigentlich, meiner Frau und mich. Und warum ist sie jetzt nicht mitgefahren? Weil meine Schwiegermutter hat sich am Tag vorher den Oberarm gebrochen und hat einen Gips gekriegt. Und da hat sie gedacht, sie ist unentbehrlich, sie muss die Mama versorgen. Sie sagen das irgendwie so ein bisschen eigenartig, Herr Lopau. Haben Sie das Ihrer Frau verübelt? Ich habe mich halt geärgert. Sie hätten also Ihre Frau gern dabei gehabt, aber Ihre Frau fand es wichtiger, zu Hause zu bleiben. Wann sind Sie aufgestanden? Um sechs. Wie haben Sie sich denn da gefühlt? Herr Lopau schildert dann seine Fahrt von Mannheim mit Unterbrechung in Würzburg und Pause hinter dem Altmühltal. Obwohl es ein heißer Sommertag war, hätte er keine Ermüdungserscheinungen gehabt, wie er sagt. Das Mittagessen im Gasthof schildert er so, wie schon seiner Anwältin gegenüber. Ein großes Glas Bier und Schweinsbraten mit Klos verschweigt er der Richterin nicht. Er weiß, dass die Kellnerin unter den Zeugen ist. Deshalb berichtet Herr Lopau auch wahrheitsgemäß, dass er sie nach dem Weg zur Autobahn gefragt habe. Für seinen schlechten Orientierungssinn könne er nichts, fügt er hinzu. Außerdem sei ihm die Gegend fremd gewesen. Weiter dann, Herr Lopau. Ja, und dann das Nächste, was mir wirklich in Erinnerung ist, wo ich es wieder weiß, ist, wie auf der Autobahn, dass da zwei Fahrzeuge, die entgegengekommen sind, geblinkt haben. Das war so eine Baustelle. Und ich dachte noch, die sind doch blöd, die müssen wir nicht hier überholen, das können doch warten, bis es wieder normale Fahrbahn ist. Und dann kam ein Lastwagen entgegen und der Fahrer hat dauernd so gemacht. Ich habe noch gebremst, weil er so gemacht hat. Und dann kam ein Moment, wo ich gedacht habe, ich habe mich vorher schon gewundert, dass überhaupt keine Geschwindigkeitsbeschränkung da ist, kein Überholverbot. Überhaupt kein Verkehrszeichen, ne? Überhaupt nichts. Aber haben Sie da nicht geschaltet, warum Sie Teil aller Verkehrszeichen sehen? Wenn ich geschaltet hätte, hätte ich angehalten, wäre ich nicht weitergefahren. Ich habe eben nicht geschaltet. Wo waren denn da Ihre Gedanken? Ich weiß nicht, ich höre noch bei dem Telefongespräch. Ja, Herr Lopper, wie ist es denn dann zu dem Unfall gekommen? Weiß ich nicht. Wissen Sie gar nicht, dass Sie mit einem entgegenkommenden Wohnwagen-G-Spann kollidiert sind? Ich weiß noch den Lastwagenfahrer und weiß noch, wie ich geguckt habe. Und ich weiß noch, dass ich abgebremst habe. Und da hört es auch auf. Da hört es auch auf. Haben Sie eigentlich Radio gehört während dieser Fahrt? Nein. Herr Lopper, jetzt nochmal zurück ins Wirtshaus. Nach Aktenlage soll es ja da noch was anderes gegeben haben. Sie sollen ja da, außer dass Sie gegessen und getrunken haben, auch ein Schläfchen gehalten haben. Das haben Sie eben aber ganz fein ausgespart in Ihrer Erzählung. Wie war denn das? Ich bin am Tisch eingeschlafen. Es war sehr heiß. Es waren viele Leute da. Viele Leute und sehr heiß. Aber das alleine bewirkt wohl nicht, dass man einschläft am Tisch. Hat Sie da die Müdigkeit übermannt? Ja, wenn man einschläft, ist man im Moment schon müd. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, Herr Lopper, wie es sich verträgt, wenn man, wie es bei Ihnen der Fall ist, einige hundert Kilometer Autobahn fährt, noch dazu allein, also ohne Unterhaltung, relativ monotone Strecke, und dann um die Mittagszeit herum eine recht gehaltvolle Mahlzeit zu sich nimmt und dann dazu ein Bier trinkt, wie sich das auf die Fahrtüchtigkeit, auf das Wohlbefinden auswirkt? Ich brauche es mir nicht zu überlegen, weil ich es erlebt habe. Ich habe erlebt, dass ich nicht, wie es hier steht, fahruntüchtig war. Ich war ganz munter und wach im Gegenteil. Ich war eher noch aufgeregt, als dass ich müde gewesen wäre. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Vom Unfallhergang, dem eigentlichen, Herr Lopper, wissen Sie nichts. Das sagten Sie uns bereits. Sie sind selbst bei diesem Unfall auch verletzt worden. Ist das richtig? Ja. Sagen Sie mir bitte kurz, was für Verletzungen Sie davon getragen haben? Ich hatte also einen Milzriss mit innerer Blutung. Wie lange waren Sie im Krankenhaus? Insgesamt sieben Wochen. Ja, und? Und dann im Ellbogen haben Sie was angeschraubt und Gips gemacht. Dann Knöchelbrüche, dreifache Knöchelbrüche haben Sie gesagt links. Auch mit Gips und auch operiert. Ja. Da ist er selber insgesamt auch schwer verletzt bei dem Unfall, ne? Wie lange waren Sie insgesamt dienstunfähig, Herr Lopper? Nochmals sechs Wochen, nachdem ich, also 13 Wochen insgesamt. Jawohl, Herr Lopper. Zur Sache, Herr Staatsanwalt, Fragen? Wie schnell sind Sie denn gefahren auf der Autobahn? Ungefähr 80, bevor der Lastwagen gekommen ist. In diesem Baustellenbereich? In dem Baustellenbereich, ja. Ist mit der Brille, wann waren Sie zuletzt beim Überprüfen, beim Augenarzt? Beim Augenarzt ist es länger her. Ich war das letzte Mal beim Optiker und habe mir eine neue Brille machen lassen. Und der hat dann gleichzeitig die Sehschärfe geprüft und hat gesagt, das ist noch in Ordnung. Und da war alles in Ordnung? Sonst gäbe ich Fragen. Herr Dr. Geft. Herr Lopper, leiden Sie an irgendwelchen Herzerkrankungen? Oder Blutarmut beispielsweise? Nein. Oder hatten Sie mal Zustände kurzfristiger Bewusstlosigkeit oder Ähnliches? Nein. Ich habe sonst keine Fragen. Frau Verteidigerin? Keine. Dann wird in die Beweisaufnahme eingetreten. Als erstes bitte den Polizeibeamten, den Zeugen Talhammer. Der Polizeiobermeister Talhammer sagt aus, dass er am 2. August 85, einem warmen, sonnigen Tag mit guten Sichtverhältnissen, um 13.36 Uhr die Anweisung erhielt, einen Falschfahrer zwischen Garching und Eching zu stoppen. Dazu kam es aber nicht mehr, weil wenige Minuten später der Unfall passierte. Die Richterin bittet den Zeugen dann anhand der Unfallskizze die Situation zu erläutern. Die ursprünglich dreispurige Autobahn mit Standspur ist wegen Bauarbeiten verengt worden auf zwei Fahrspuren. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist auf 80 kmh herabgesetzt worden. Wenn wir an die Unfallstelle gekommen sind, sind die beiden Fahrzeuge. Also das ist der Audi des Herrn Loppau. Steht quer, ja. Das ist bezeichnet mit 04. Ja. Dieses Fahrzeug, das ist das vom Herrn Fiat. 02, das ist also der PKW Jakobi. Genau, vom Herrn Dr. Jakobi war das. 03 ist der Wohnwagen. Der 03, das ist ein Wohnwagen vom PKW Jakobi. Der ist nach unserer Feststellung bei dem Anstoß, ist er aus der Kupplung rausgerissen worden und ist nach rechts umgefallen. Er lag auf der Seite. Er lag auf der Seite, ja. Dann haben wir hier hinten noch zwei Fahrzeuge, Schweiger und Plesko. Die spielen hier nur mittelbar eine Rolle. Insoweit ist ja nicht Anklage erhoben worden. Die Räulein Schweiger ist angehalten, der Herr Plesko hat es ein bisschen spät gesehen und ist ja dran. Dann zur weiteren Skizze, Herr Thalhammer, die ist ebenfalls von Ihnen und zeigt uns die Zufahrt. Die Einfahrt der Anschlussstelle Garching, kurz erklärt, unten verläuft die B471. Zeigen Sie mir bitte mal anhand dieser Skizze, wo etwa das Wirtshaus liegt, von dem der Herr Loppau gekommen ist. Das liegt von Ihnen aus gesehen rechter Hand, also das hole ich nicht mehr auf die Skizze, weil das war ja... Wie weit ist es denn ungefähr? Das sind geschätzt, kann man sagen, vier, fünf Kilometer. Der Herr Loppau ist dann nach links abgebogen in die Einfahrt, ist aber dann geradeaus... In die Ausfahrt... Also in die Ausfahrtspur ist er reingefahren und hat die Autobahn gekreuzt und ist dann in Richtung Eching auf der falschen Fahrbahn gefahren. Jawohl. Ist es richtig, dass hier zwei Schilder sind, die ausweisen das an? Das sind zwei Sperrzeichen, also Verbot der Durchfahrt, beidseitig deutlich sichtbar. Schauen wir uns das auch noch auf den Lichtbildtafeln dann an. Das sind also deutlich sichtbar die zwei Sperrzeichen und das ist die Unfallsituation. Ja, das ist dann die Unfallsituation mit Stand und Beschädigungen der Fahrzeuge. Ja. Beide Fahrzeuge sind halt vorne links beschädigt worden. Jawohl. Ist das der Mannheimer, ja? Das ist der Mannheimer Audi. Das ist der Viert. Da sehen wir den Wohnwagen, das gespann nochmal wieder und hier die Unfallbeschädigungen. Das ist dann das Foto, auf dem man den Wohnwagen, der auf der Seite liegt, gut sehen kann. Diese Bildtafel 2 betrifft den Folgeunfall, schauen wir uns nur ganz kurz an. Zur Information, Frau Vorsitzende, das Unfallgeschehen ist 21 Meter hinter dem anderen gewesen. Ja, gut, ist auch nicht Gegenstand der Anklage. Fragen hier zur Bildmappe oder zu den Skizzen? Ich hätte noch eine Frage, ja. Der Belag der Straßen, der Auffahrten, dunkle oder hell? Das ist ein dunkler Belag, das ist eine sogenannte Schwarzdecke. Eine Schwarzdecke. Für die, also wenn es sehr heiß ist, kann es aufnimmeln. Kann möglich sein, das weiß ich nicht, das müsste ein Gutachter erstellen. Ja, ist klar, noch eine kleine Frage. Noch Fragen? Nein, keine. Nach dem Polizeibeamten Thalhammer wird die Zeugin Betty Schrettl aufgerufen. Sie ist Bedienung im Schleißheimer Hof in Hochbrück, wo Herr Loppa vor dem Unfall zum Mittag gegessen hatte. Die Richterin fragt, können Sie sich an den Angeklagten erinnern? Ja, der Herr war bei uns in der Gaststätte und hat gegessen und dann ist er eingeschlafen. Und ich habe mir erst gedacht, das fehlt ihm so. Fangen wir ein bisschen früher an. Wie kommen Sie überhaupt auf einen Zusammenhang zwischen einem Gast, der bei Ihnen ist und einschläft, und einem Herrn Loppa, der hier als Unfallbeteiligter auf der Anklagebank sitzt? Aus dem Grund, wir haben Gäste, das sind Polizisten, und die waren am Tag drauf dann bei uns in der Gaststätte. Und da kam das Gespräch dann auf den Unfall. Frau Schrettl, war einer von den beiden Polizeibeamten der Herr Thalhammer, der hier heute als Zeuge ist? Nein, das waren andere Polizisten. Und die haben ihm erzählt, dass der Herr aus Mannheim wäre. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das könnte dann eigentlich dieser Gast gewesen sein, der gestern, also am Tag vorher bei mir war, beim Essen. Woher wussten Sie denn, dass der aus Mannheim war? Weil er mich fragte, ob er telefonieren kann, und zwar ein Ferngespräch nach Mannheim mit seiner Frau. Nun erzählen Sie weiter, bitte schön, Frau Schrettl. Ja, er hat dann am Tisch eingeschlafen, und ich habe mir erst gedacht, das wird ihm gesundheitlich irgendwie schlechter gehen, und habe ihn dann gefragt, ob ihm nicht gut ist. Nun sagt er, nein, er ist nur müde, er hätte die letzte Nacht schlecht geschlafen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er einen Kaffee trinken will. Ja, das wäre ganz gut, und dann wollte er telefonieren. Das hat er dann auch gemacht. Hat er den Kaffee vor dem Telefonat getrunken, oder? Während dem Telefonat. Ja, und nach dem Telefonat schien er dann etwas verärgert, und dann hat er noch einen Magenbitter zu sich genommen. Einen Magenbitter noch? Ja. Von dem wissen wir noch gar nichts bisher. Ach so? Als dieser Gast aus Mannheim kam, ist er ja wohl noch nicht gleich am Tisch eingeschlafen, sondern da hat er nicht gegessen. Nein, er hat gegessen, ja. Was hat er denn gegessen? Er selber erzählt uns, einen Schweinsbraten hätte er gegessen. Wissen Sie, was er dazu getrunken hat, oder ob er überhaupt was dazu getrunken hat, zum Essen? Bier. Ein Bier. Eine halbe, ja? Mhm. Frau Schrettl, dieser Magenbitter, von dem Sie uns erzählt haben, hat er den ganz leer getrunken? Nein, da hat er ein Glas, das hat er voll gemacht und den Rest hat er in der Flasche stehen gelassen. Hat er so diese üblichen kleinen Fläschchen? Ja. Und als er dann endgültig fortging, welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht, im Hinblick auf seinen Zustand? Nach wie vor müde und irgendwie ein bisschen fahrig war er und dann hat er die Autokarte, die lag neben dem Telefon, das hat er dann noch liegen lassen und dann habe ich ihm die noch gegeben und dann ist er raus. Ist er dann danach nochmal wieder zurückgekommen, weil er nach dem Weg fragen wollte oder war das jetzt das endgültige Gehen? Also er ging raus? Mhm. Und ich bin mittlerweile dann zum anderen Tisch gegangen und dann kam er wieder und dann hat er nach dem Weg gefragt. Dann ist er endgültig gegangen? Dann ist er endgültig. Gut. Dann ist es keine Frage. Frau Verteidigerin? Ja, ich habe ein paar Fragen. Ja. Sie sagten, der Autofahrer machte auch nicht einen übermüdeten Eindruck. Sie sagten auch, als er ging, machte er auf Sie noch einen übermüdeten Eindruck. Woraus schlossen Sie denn das? Also so langsam, irgendwie ganz, ganz, ich weiß nicht, wie drückt man es denn aus? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Einfach fahrt ist er in der Gegend rumgegangen. Und zweitens wollte er nicht viel reden. Ja, nicht viel reden, ja. Das war, er hat mir so die notdürftigsten Antworten gegeben. Gut. Noch Fragen? Keine Fragen. Herr Lopau, Sie wollten was fragen? Ja, fragen oder sagen. Die Bedienung, ich habe den Eindruck, sie will mit allen Leuten reden. Wenn ich im Lokal will, will ich nicht mit der Bedienung reden und an dem Tag schon gar nichts. Das hat mit Müdigkeit nichts zu tun. Die Richterin bittet Herrn Lopau, keine Schlüsse zu ziehen aus dem, was die Zeugin ausgesagt hat. Das bliebe dem Gericht vorbehalten. Frau Schrettl bleibt unbeeidigt, bekommt eine Kassenanweisung für ihre Unkosten und wird entlassen. Herr Lopau, Sie haben gehört, eben hat die Zeugin Schrettl angegeben, Sie hätten da auch noch einen Magenbitter getrunken, ein Glas jedenfalls leer getrunken. Ja. Ist das richtig? Das haben Sie vorhin vergessen zu erwähnen. Herr Dr. Gilt, spielt es für Sie eine Rolle? Wollen Sie dazu noch weiteres fragen? Keine Fragen. Schön, dann fahren wir fort in der Beweisaufnahme. Nächster Zeuge ist Michael Kruse, Inhaber eines Radiogeschäftes in Hamburg. Er hat den Unfall nicht gesehen, kann aber etwas zur Vorgeschichte aussagen. Ich hatte am Vormittag in Garching geschäftliche Erledigungen und bin so um halb zwei wieder Richtung München gefahren, und zwar auf der Auffahrtstelle Garching-Süd. Vor mir fuhr ein Audi, silbergrau, grün, grau, metallig. Der fährt plötzlich links in die Ausfahrtspur rein. Ich habe gehuppt wie ein Wahnsinniger, aber der hatte überhaupt nicht reagiert. Ich denke, das gibt es doch gar nicht. In welchem Abstand etwa ist denn der vor Ihnen gefahren, als Sie in die Zufahrt rein gefahren sind? Vielleicht 15 Meter. Ja, ich habe gehuppt wie gesagt und er hat nicht reagiert. Fuhr ich dann in die Einfahrt rein nach München und sah noch im Rückspiegel, wie ein entgegenkommendes Fahrzeug gerade noch ausweichen konnte. Es kam richtig ins Schleudern, das konnte ich noch sehen. Ich bin dann zur Notrufsäule gefahren und habe das sofort gemeldet, dass da ein Geisterfahrer unterwegs ist. Und dieses Auto ist an mir vorbeigefahren und es war eine Familie. Ich konnte sehen, die waren wirklich schockiert. Haben Sie von dem späteren Unfall dann noch etwas mitbekommen? Ich habe das am anderen Tag in der Zeitung gelesen. Und sich deshalb dann auch als Zeuge gemeldet? Ja, ich wurde in Hamburg umvernommen. Ich habe auch vorhin gehört, draußen im Flur, dieses Ehepaar Jakobi, hat also keinen Verkehrsfunk gehört. Ich meine, ich bin zwar Radiohändler und es darf nicht so aussehen, als ob ich jetzt mir geschäftlich etwas verspreche. Aber ich finde, man sollte es einführen, dass jeder ein Gerät im Auto hat, was einen automatischen Verkehrsfunk drin hat. Die GH würde jedenfalls sicherlich geringer werden, dass solche schweren Unfälle sich ereignen würden. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Das war nur eine Anregung. Gut, Fragen an den Zeugen Kruse? Ich hätte noch eine Frage vielleicht, wenn Sie kurz an die Skizze vorkommen, Herr Kruse. Kommen Sie, bitte schön einmal. Bitte schön. Wo haben Sie denn den Audi das erste Mal gesehen? Ja, also er kam mir entgegen. Er kam von hierher und ich kam von Garching. Und er fuhr vor mir hier rein und ich auch. Ich war hinter ihm. Ich hielt die an und hab gehupt. Und da war keine Reaktion? Keine Reaktion, überhaupt nicht. Keine Reaktion. Ich hätte jetzt doch noch eine Frage. Es soll warm gewesen sein. Es ist auch hier vorhin ins Gespräch gebracht worden, dass möglicherweise die Fahrbahn derart geflimmert habe, vor Hitze geflimmert habe, dass man die Richtungspfeile vielleicht nicht mehr habe erkennen können. Ich hatte keine Probleme. Gut. Fragen? Frau Verteidigerin. Keine Fragen mehr an den Zeugen Kruse. Er kann nach Hamburg zurückreisen. Aus Kassel ist der Zeuge Paul Schuster angereist. Er ist der Lkw-Fahrer, der von einem Kollegen über CB-Funk gewarnt wurde, dass ein Geisterfahrer unterwegs sei. Ein paar Minuten später sah ich ihn dann auch. Kann man Ihnen entgegen? Ja, ausgerechnet an der Stelle, die wegen Bauarbeiten von drei auf zwei Fahrspuren verengt ist. Ich bin dann sofort mit meiner Geschwindigkeit runtergegangen auf ungefähr 60 kmh. Und, haben Sie sonst noch irgendwas? Ja, ich dachte mir nur hoffentlich überholt keiner. Und versuchte mit allen Mitteln den PKW vor mir und die hinter mir zu warnen. Ich gab Lichthupe, ich winkte mit meiner linken Hand, winkte ich aus dem Fenster. Aus dem Fenster raus? Genau, ja. Mhm. Und? Ja, der Herr hier verringerte auch seine Geschwindigkeit und… Der Entgegenkommende? Ja, der Entgegenkommende. Ich meine, es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn er mit voller Geschwindigkeit weitergefahren wäre. Ja? Und wie ging es dann weiter? Naja, ich… Als er dann an mir vorbei fuhr, schaute ich halt in den Rückspiegel und… Ja. Ich sah dann, wie der Camper gerade zum Überholen ansetzte und der PKW, der fuhr ihm halt direkt rein. Ich hielt sofort an und rannte zur Unfallstelle. Das war ein dramatischer Unfall, ne? Ja, das war schrecklich. Ja. Ich rief dann dem Albert, meinem Beifahrer zu, dass er halt durchgeben soll, dass es drei schwer und einen leicht Verletzten gegeben hat. Das war sehr gut, dass Sie das so gemacht haben, Herr Schuster. Jawohl. Fragen? Herr Staatsanlein. Herr Sachverständiger. Konnten Sie das Gesicht dieses PKW-Fahrers sehen oder erkennen? Ich habe die Person gesehen, aber nicht den Gesichtsausdruck, weil ich war auch hin und her, ich war auf dem Rückspiegel, guckte, ob jemand überholt und dann wieder zu ihm geschaut und dann wieder in den Rückspiegel und dann war er auch schon vorbei. Ich möchte mich nur Herrn Schuster bedanken, weil er mich wenigstens noch ein bisschen gebremst hat. Sonst wäre ich mit 80 draufgefahren und so vielleicht mit 60 oder 50. Ja. Gut. Möglicherweise hat der Lkw-Fahrer Schuster durch sein Handzeichen nicht nur Herrn Lopau, sondern auch das Ehepaar Jakobi vor noch Schlimmerem bewahrt. Herr Schuster wird mit Dank entlassen und der Zeuge Dr. Wolfgang Jakobi aufgerufen. Er sagt aus, dass er längere Zeit hinter einem Lkw herfahren musste. Meine Frau wollte eigentlich, dass ich überhole, weil sie war ja schwanger, wegen der Auspuffgase, aber der fuhr ziemlich schnell, also fuhr die vorgeschriebenen 80 etwa. Ja, und Sie dürfen ja auch nicht mehr? Ich darf auch nicht mehr. Und dann bremste der Lkw, wurde langsamer, das nahm ich zum Anlass zu überholen, also setzte den linken Fahrtrichtungsanzeiger, schaute in den Rückspiegel, war nichts los. Ja. Und jetzt weiß ich eigentlich nichts mehr. Und ich weiß das aus Erzählungen, dass mir also dann dieser Geisterfahrer entgegenkam. Herr Dr. Jakobi, ist Ihnen vorher aufgefallen, dass oder ob der Lkw-Fahrer, der vor Ihnen war, Handzeichen gegeben hat? Nein. Sie sind nicht vorgewarnt gewesen durch irgendwelche Zeichen dieser Art oder anderer Art. Nein. Nun zu Ihren Verletzungen, Herr Dr. Jakobi. Der rechte Unterschenkel ist gebrochen, der rechte Oberschenkel, ein sehr komplizierter Trümmerbruch, sehr kompliziert. Ja. Dann hatte ich drei Rippen gebrochen. Was sehr schwierig war, war der Bruch im rechten Oberschenkel, da lag ich zwei Monate völlig fest, völlig ruhig. Im dritten Monat fingen dann die krankengymnastischen Übungen an, die ich jetzt auch noch fortsetze, dreimal täglich die Woche. Und da liegt auch das Problem, dass es sein könnte, dass sich das ganze Bein verkürzt. Ein Dauerschaden liegt noch im Bereich des Möglichen. Man kann es anscheinend noch nicht genau abklären. Nein, erst in zwei Jahren, aber erst sehr wahrscheinlich. Ja. Herr Dr. Jakobi, wie hat sich das jetzt beruflich für Sie ausgewirkt? Wie lange waren Sie nicht arbeitsfähig oder sind Sie inzwischen überhaupt... Ich habe jetzt am 1. Januar wieder angefangen, ganz langsam angefangen wieder zu arbeiten, kann aber das rechte Bein zum Beispiel noch nicht schmerzfrei voll belasten. Sind Sie selbstständig oder sind Sie angestellt als Chemiker? Ja, selbstständig. Haben Sie ein Labor? Ja. Fragen an den Zeugen? Ja, zwei Fragen. Waren Sie angeschnallt bei dieser Frage? Ja, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Und dann noch eine Frage. Neben Ihren Verletzungen, wie hoch war denn der Sachschaden an Ihrem Fahrzeug und diesem Wohnwagen? Der war insgesamt etwa bei 7.000 Mark. Ich meine, was mich vor allem und was meine Frau auch betrifft, ist, dass vor drei Tagen wäre unser Kind geboren worden, wenn alles planmäßig gelaufen wäre. Wir wären also jetzt zu dritt, hätten eine Familie und meine Frau können diesen Verlust nicht verkraften. Wir haben ja Ihre Frau zwar als Zeugin geladen, aber wenn es nicht notwendig ist, meine ich, sollte ich sie oder müsste ich sie nicht vernehmen. Denn zum Unfall weiß sie ja wohl genauso wenig wie Sie. Ich würde es ihr gerne ersparen. Was meinen Sie? Ich glaube, sie ist extra hergekommen und ich glaube, dass sie vielleicht noch was dazu beitragen will. Und ich glaube, dass das für sie auch sehr gut wäre. Sie ist geladen, dann wollen wir sie auch hören. Fragen noch, Herr Staatsenmalt? Keine Frau. Frau Verteidigerin? Iris Jakobi wird in den Gerichtssaal gerufen. Sie ist von Beruf Töpferin, aber seit dem Unfall kaum noch in der Lage zu arbeiten. Seit sechs Jahren ist sie mit Wolfgang Jakobi verheiratet. Sie hat keine Kinder und wird auch voraussichtlich keine mehr bekommen können. Die Richterin fragt sie, was wissen Sie noch vom Unfallhergang? Nur, dass wir hinter dem Laster fuhren und die Auspuffgase sehr rochen, bat ich leider meinen Mann zu überholen. Und dann kam es zu dem sehr folgenschweren Unfall. Sie waren damals im fünften Monat schwanger. Sie haben das ungeborene Kind bei diesem Unfall in der Folge dieses Unfalls verloren. Richtig. Und wenn ich das sagen darf, was ich nicht verstehen kann, die Anklage lautet nur auf fahrlässige Körperverletzung. Aber unser Kind ist tot und ich meine, man muss doch irgendwie auch aufpassen. Ich nehme an, dass Ihnen die Frau Rechtsanwältin schon erklärt hat, dass ein Abgang im juristischen Sinne nicht einer fahrlässig begangenen Tötung gleichkommt, weil es im Sinne von § 222 unseres Strafgesetzbuches noch kein Mensch ist. Ja, ich glaube, dass Sie auch eine Frau sind und es ist sicher nicht rational. Aber wie kann man, man hat sich ein Kind, man kann es nicht begreifen. Frau Jakobi, das ist eine schwerwiegende Folge dieses Unfalls. Das wird sicherlich auch zu berücksichtigen sein. Sie haben das Kind verloren, Sie leiden darunter offensichtlich noch heute. Es ist wie eine schwere Verletzungsfolge. Psychische Auswirkungen zählen ja auch dazu. Wollen wir es dabei jetzt bewenden lassen? Ja. Herr Staatsanwalt. Nein, bitteschön, Frau Jakobi, warten Sie noch einen kleinen Augenblick. Vielleicht haben andere Prozessbeteiligte noch Fragen. Keine Fragen. Sie fragen. Keine Fragen. Herr Loppaus, Sie fragen. Im juristischen Sinne ist ein ungeborenes Kind also noch kein Mensch. Sicher schwer einsehbar für eine werdende Mutter, die schon die Herztöne ihres Kindes gehört und seine Bewegungen gespürt hatte. Frau Jakobi wird vielleicht nie über den Tod ihres Kindes hinwegkommen. Ihre Freundin begleitet sie nach Hause, während ihr Mann bis zum Ende der Verhandlung im Gerichtssaal bleiben will. Die Beweisaufnahme wird fortgesetzt mit der Vernehmung der Zeugin Angelika Schweigert. Sie sind die Fahrerin des Mini, auf den dann der Berliner Sportwagen noch aufgefahren ist. Sie sind bei diesem, wir nennen das dann Folgeunfall, verletzt worden, ja? Ja. HWS. Ja. Richtig. Also ich war auf dem Weg zum Flughafen Riem auf der Autobahn und ich fuhr auf der rechten Spur, weil ich über B3 gehört habe, dass ein Geisterfahrer kommt. Wissen Sie noch etwa wann, oder sagen wir besser gesagt, in welchem zeitlichen Abstand zu dem späteren Unfall Sie diese Meldung gehört hatten? Puh, das waren nur wenige Minuten. Die Fahrzeuge vor mir wurden langsamer, wurden nur noch ungefähr 60. War unmittelbar vor Ihnen das Wohnwagen gespannt? Vor mir war der Wohnwagen. Und die wurden also langsamer und plötzlich schert der links aus, blinkt und will anscheinend überholen. Ich sage noch zu meiner Freundin, der muss verrückt sein. Dann hat es auch schon gekracht. Wie weit war der schon mit dem Zugwagen in der linken Spur? Ja, der war gerade erst ausgeschert. Ihnen ist es dann gelungen, Ihr Fahrzeug zum Stillstand zu bringen? Ja. Ich habe es geschafft, ja. Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugin. Eine Frage hätte ich noch. In welchem Abstand sind Sie etwa hinter dem Gespann hier gefahren? Ja, also vier, fünf Wagenlängen sicher. Haben Sie Fragen, Frau Verteidigerin? Angelika Schweigert wird nach ihrer Vernehmung entlassen und kann nach Ingolstadt zurückfahren. Sie bleibt aber noch im Gerichtssaal, weil sie auf den letzten Zeugen warten will, den Journalisten Manfred Plesko. Gegen Sie war auch ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung anhängig. Das Verfahren wurde dann zur Ordnungswidrigkeitenverfolgung an das Polizeipräsidium München abgegeben, Herr Plesko. Ist das rechtskräftig erledigt? Ja. Bußgeldbescheid bekommen, bezahlt. Ja? Ja. Gut. Herr Staatsanwalt, wollen Sie Fragen stellen? Haben Sie den Unfall mit dem entgegenkommenden Fahrer beobachten können? Tja, was habe ich gesehen? Früher wollte ich einen kleinen Mini da überholen. Dann haben die mich ein bisschen aufgehalten, weil die Mädels ein bisschen gewinkt haben. Und über welche Strecke hat sich dieser Vorgang etwa hingezogen und bei welcher Geschwindigkeit? Ach, ich fahre ja nicht so schnell. Es war ein flottes Auto, aber ich weiß nicht, so 80 vielleicht. 70, 80 kann ich mich sagen. Im Hintergrund habe ich das vielleicht ein bisschen überblickt. Ich dachte, wir wollten vielleicht ein Zeichen machen. Können Sie es noch näher zeigen oder schildern, welche Gesten man da gemacht hat? Erst dachte ich, ich wäre ein Handkuss oder so. Aber dann hat die so irgendwie, die hat immer irgendwas gezeigt, so bumm, bumm. Aber ich habe das wirklich nicht verstanden am Anfang. Radio haben Sie nicht angehabt? Doch, doch, doch. Fahrt, 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 Musik. Ein Sender oder Kassette oder was? Nein, nein, ich hatte Radio gehabt, aber Privatfunk, da arbeite ich jetzt. Und nicht öffentlich verklemmt, weil ich dachte, am hellsten Tag, da kommt ja eh nichts. Aber für einmal sah ich so etwas ganz Merkwürdiges. Da vor mir so ein grünlicher Wagen auf meiner Spur entgegenkommt. Ich dachte, ich spinne und konnte gerade noch bremsen, rechts wieder reinfahren. Und dann, ja, dann hat es auch schon gekracht. Also ich bin nach vorne drauf gefahren. Und dann meine ich dann. Sie sagen, es hat gekracht. Ich meine aber jetzt, ob Sie den Unfall des Entgegenkommenden mit diesem Wohnwagengespann beobachtet haben. Das habe ich nicht mehr gesehen. Dann habe ich eigentlich keine Fragen dazu. Wird verzichtet auf die Beerdigung? Wird verzichtet. Auch Manfred Plesko bleibt nach seiner Vernehmung im Gerichtssaal. Er will das Urteil abwachten und nach der Verhandlung ein Interview mit dem Geisterfahrer machen. Nach Abschluss der Zeugenvernehmungen bittet die Richterin, den medizinischen Sachverständigen sein Gutachten vorzutragen und auch auf die Frage der Übermüdung einzugehen. Wo ist Gericht zunächst zur Blutentnahme? Diese Blutentnahme erfolgte bei dem Angeklagten um 14.55 Uhr. Das heißt zu einem Zeitpunkt als ein beginnender Blutungsschock, aufgrund der bei dem Unfall erlittenen Milztruktur vorgelegen hat oder vorgelegen haben kann. Das ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen und zwar ebenso wie eine vorangegangene Verabreichung von Infusionsmitteln. Das kann zu einer Blutverdünnung führen. Wenn man den Wassergehalt bei Bestimmung der Blutalkoholkonzentration mit berücksichtigt, führt dies jedoch sicher nicht zu einer Benachteiligung des Angeklagten. Zum Unfallzeitpunkt habe eine Mindestblutalkoholkonzentration von 0,35 Promille vorgelegen. Diese 0,35 Promille, wenn man sie zunächst isoliert betrachtet, das heißt ohne Berücksichtigung anderer Faktoren, wie Übermüdung, was hier im Raum steht, da kann und das wird eben aufgrund von Untersuchungen immer wieder angeführt, es durchaus zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen kommen, allerdings individuell unterschiedlich und nicht regelmäßig. Das heißt, im vorliegenden Fall ist wohl entscheidend und als wesentlich mitwirkender Faktor zu berücksichtigen eine mögliche Übermüdung. Wenn man den Angaben folgt, und zwar insbesondere den Angaben des Angeklagten gegenüber der Zeugin, dann ist wohl davon auszugehen, dass ein gewisses Schlafdefizit aus der vergangenen Nacht vorgelegen hat. Weiterer Faktor ist eine sogenannte Verdauungsmüdigkeit. Wir haben gehört, dass es ein reichhaltiges Essen mittags gab, ein kräftiges Mittagessen und es kommt eben im Rahmen der Verdauungstätigkeit zu einer verstärkten Durchblutung des Magendarmtraktes, sodass hier eine relative Minderdurchblutung des Gehirns resultieren kann und entsprechende Leistungsminderungen auftreten können. Zu berücksichtigen wäre als gegensinnige Faktoren eine Tasse, war es wohl Kaffee, und des weiteren, das emotional eher aufrüttelnde Telefongespräch. Das im Kaffee enthaltene Koffein, und zwar sind in der Regel enthalten circa 100 Milligramm, das wirkt zunächst stimulieren. Diese Verbesserung ist jedoch in aller Regel nur kurzzeitig und es kann sogar im Nachhinein zu einer deutlichen noch Verschlechterung der Befindlichkeit kommen. Zusammenfassend aus medizinischer Sicht, als Ursache für dieses verbotswidrige Einfahren, und das ist wohl der entscheidende Moment hier, und die spätere Geisterfahrt ist in Betracht zu ziehen, eben eine deutliche Störung der Vigilanz, nämlich der Verminderung der Konzentration, Wachheit, Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, als Folge einer Ermüdung beziehungsweise Übermüdung. Und Ursache dieser Ermüdung ist in diesem nächtlichen Schlafentzug primär zu sehen, und dann kommt als wesentlicher Faktor natürlich noch hinzu diese für sich allein nicht sehr, für sich allein mäßig gradige Alkoholisierung. Und das hat wohl letztlich, oder aus medizinischer Sicht kann man davon ausgehen, dass dies als Ursache dafür anzusehen ist, dass der Angeklagte eben aufgrund einer Konzentrationsstörung, und Aufmerksamkeitsstörung dann diese Hinweiszeichen nicht bemerkt hat und hier als Geisterfahrer letztlich aufgetreten ist. Das heißt also, Herr Dr. Gilg, eine und zwar relative Fahruntüchtigkeit durch einen bestehenden körperlichen Mangel? Darauf ist es wohl letztlich in der Würdigung zurückzuführen. Aus medizinischer Sicht deutet eben alles darauf hin, dass hier eine Fahrsicherheit nicht mehr gegeben war. Dankeschön. Herr Staatsanwalt, Fragen? Keine Fragen. Keine mehr? Kein Beeindigungsantrag? Dann Beschlusszeuge. Der Sachverständige bleibt unbeeidigt. Herr Dr. Gilg, ich danke Ihnen. Die Richterin schließt die Beweisaufnahme. In seinem anschließenden Plädoyer fasst der Staatsanwalt zunächst die Vorgeschichte des Unfalls zusammen. In der Nacht habe der Angeklagte schlecht geschlafen. Dann eine lange, ermüdende Autofahrt an einem heißen Sommertag. In der Mittagspause wäre er dann, ich zitiere den Staatsanwalt, der Versuchung des Bayerischen Nationalgerichtes erlegen, habe sich Schweinsbraten schmicken lassen und dazu ein Bier getrunken. Offensichtlich war er aufgrund dieses Essens und mit dem Zusammenwirken mit dem vorhergehenden bereits so übermüdet, dass er im Sitzen am Tisch eingeschlafen ist. Ich schließe daraus, dass hier tatsächlich nicht nur eine Ermüdung, sondern eine ganz erhebliche Übermüdung vorgelegen hat. Die Übermüdung führt dann dazu, dass man dem Verkehrsgeschehen der Streckenführung und Ähnlichem nicht mehr die genügende Aufmerksamkeit schenken kann. Angeklagte war eben nicht mehr verkehrstauglich, sodass es hier zu diesem Vorfall gekommen ist. Angeklagte wurde selber schwer verletzt, aber bedauerlicherweise sind hier zwei andere Personen sehr schwer verletzt worden. Der geschädigte Dr. Jakobi, insbesondere körperlich, schwere Brüche mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beseitigbaren Dauerfolgen. Seine Frau ebenfalls körperliche, schwere Verletzungen. Zusätzlich auch noch eine, möchte ich sagen, sehr schwere seelische Beeinträchtigung. Zusammenfassend wäre zum Tatbestand hier zu sagen, dass die Straßenverkehrsgefährdung in der Form des Fahrens mit einem körperlichen Mangel zweifelsfrei hier verwirklicht ist und rechtlich zusammentreffend hier zwei Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung, wobei es sich hier um sehr schwere Folgen handelt. Die Frage der Strafzumessung hat hier ebenfalls besonderes Gewicht. Ich bin hier der Meinung, dass insbesondere aufgrund der sehr schweren Folgen, die sich der Angeklagte zurechnen lassen muss und aufgrund seines relativ leichtfertigen Verhaltens eine Geldstrafe nicht die geeignete Strafart ist, sondern eine kurzfristige Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Ich meine, eine solche in Höhe von fünf Monaten ist Tat und Schuld angemessen. Selbstverständlich kann sie hier zur Bewährung ausgesetzt werden. Eine Bewährungszeit von drei Jahren erscheint mir angemessen. Bezüglich der Fahrerlaubnis des Angeklagten ist festzustellen, dass sie am Tattag sichergestellt worden ist. Ich meine, dass noch eine Sperrfrist von 14 Monaten angemessen erscheint. Ich danke Ihnen, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, mein Mandant hat am 2.8. einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen zum Teil sehr erhebliche Verletzungen erlitten haben. Ich glaube, er hat uns alle in dieser Hauptverhandlung gezeigt, dass er diese Unfallfolgen sehr bedauert. Zweifellos ist meinem Mandanten ein Fahrfehler unterlaufen, indem er die falsche Auffahrt zu der Autobahn nahm. Ursächlich dafür war aber nicht seine Müdigkeit, sondern dass er einfach ortsunkundig war und dass er die Auffahrt ganz einfach verpasste. Das ist ein Fehler, der vielleicht nicht jedem passiert, aber der jedem passieren kann. Um auf die Vorfälle in dem Restaurant mit der Zeugin Schrettl zurückzukommen. So möchte ich sagen, dass die Zeugin Schrettl sagte, der Angeklagte sei müde gewesen. Dies stützte sie aber darauf, dass er eben nicht viel mit ihr reden wollte. Und ich glaube nicht, dass man daraus allein schon eine Müdigkeit ableiten kann. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass er weiterhin müde war. Die Verteidigerin geht dann unter anderem auf die vom Staatsanwalt angesprochene Vorgeschichte ein. Sie vertritt die Meinung, ihr Mandant hätte die Nacht immerhin zwischen 22 und 6 Uhr im Bett verbracht und sich zumindest ausgeruht. Dann gibt sie zu bedenken, dass es menschlich sei, nach dem Essen einzunicken, sich danach aber wieder frisch zu fühlen. Meiner Meinung nach konnte die heutige Hauptverhandlung nicht den Nachweis erbringen, dass ein Fahrfehler aufgrund von Alkohol zusammen mit Müdigkeit von meinem Mandanten begangen wurde. Und deswegen muss im Zweifel für den Angeklagten entschieden werden. Unter Berücksichtigung aller für und gegen meinen Mandanten sprechenden Umstände, sowie des Umstandes, dass mein Mandant selbst bei diesem Unfall sehr schwer verletzt wurde und wahrscheinlich auch Spätfolgen in seinen Verletzungen nicht abzusehen sind, erscheint mir eine Geldstrafe für die zweirechtliche zusammentreffende Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung im Hinblick auf die geringe Schuld meines Mandanten an die unterste Grenze zu gehen. Des Weiteren beantrage ich, da meiner Meinung nach die Voraussetzungen des § 315c StGB bei meinem Mandanten nicht vorliegen, den Beschluss des Amtsgerichts München vom 18.11.1985, mit dem meinem Mandanten die Fahrerlaubnis entzogen wurde, aufzuheben. Hinzufügen möchte ich noch, dass in Begründen für die Dauer des Entzugs der Fahrerlaubnis auf eine Entschädigung verzichtet wird. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Lopau, Sie haben jetzt selbst die Möglichkeit, noch alles zu sagen zur Sache, was Sie sagen möchten. Sie haben insbesondere das letzte Wort. Ich schwanke dauernd hin und her. Ich möchte dauernd, wenn der Herr Staatsanwalt sagt, ich war nicht in der Lage, richtig zu fahren, oder ich hätte es merken müssen, möchte ich mal protestieren. Dann sage ich, das ist Blödsinn. Ich war ganz wach. Und im nächsten Moment fällt mir ein, aber du hast zwei Menschen bei der Eurung. Und ich weiß nicht, wo meine Schuld liegt. Was kann ich machen, damit das nicht wieder passiert? Dass ich denke, ich bin vollkommen wach und klar. Vielleicht die Aufregung von dem Gespräch, ich weiß es nicht. Und ich möchte wenigstens, dass das nie wieder passiert. War das Ihr letztes Wort, Herr Lopau? Ja? Ja. Dann wird die Sitzung unterbrochen. Das Urteil wird niedergelegt. Die Sitzung wird fortgesetzt in etwa zehn Minuten. Der Staatsanwalt hat also eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten mit Bewährung beantragt und den Entzug der Fahrerlaubnis für weitere 14 Monate. Die Verteidigerin dagegen beantragt eine Geldstrafe unter 90 Tagessitzen und hält ein Fahrverbot für nicht angemessen. Hören wir nun das Urteil der Verkehrsrichterin. Ich bitte dann aufzustehen. Ich verkünde dann im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Lopau ist schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit zwei rechtlich zusammentreffenden Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung. Er wird deswegen kostenfällig zur Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 60 D-Mark verurteilt. Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen. Der Führerschein wird eingezogen. Die Verwaltungsbehörde darf ihm vor Ablauf von noch sechs Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Bitte nehmen Sie Platz. Zur Begründung kurz Folgendes. Sie haben der Tenorierung bereits entnehmen können, dass das Gericht von einem festgestellten Sachverhalt ausgeht, wie er bereits Gegenstand der Anklage ist. Das heißt, dass es am 2.8. gegen 13.42 Uhr auf der Autobahn zu einem folgenschweren Unfall aus dem Verschulden des Angeklagten gekommen ist. Und zwar aus einem Verschulden, das darin bestand, dass er infolge Übermüdung, also infolge eines körperlichen Mangels, den er auch, wenn er die im Verkehr erforderliche und ihm auch zumutbare Sorgfalt hätte walten lassen, erkennen können, gekommen ist. Zur Überzeugungsbildung des Gerichtes hat Folgendes beigetragen. Einmal die eigene Einlassung von Herrn Lopau, er habe schlecht geschlafen nach einem Arbeitstag mit vollem Dienst. Im Übrigen auch die Angaben der Zeugin Schrittel. Diese Zeugin hat ganz klar wiedergegeben, dass der Angeklagte, nachdem er am Tisch nach der gehaltvollen Mahlzeit, die er zu sich genommen hatte, eingeschlafen war und sie ihn geweckt hat, auf ihre Frage, ob ihm nicht gut sei, geantwortet habe, er sei müde. Er habe schlecht geschlafen. Sie hat im Übrigen mit ganz objektiven Angaben ihren späteren Eindruck noch wiedergegeben, wonach der Angeklagte beim endgültigen Verlassen des Wirtshauses müde und fahrig und konfus auf sie gewirkt hat. Und das wiederum ja auch objektiviert dadurch, dass ihn der Schlaf im Sitzen nach der Mahlzeit am Tisch und zwar offensichtlich nicht willentlich, überkommen ist. Die Richterin ist der Meinung, dass das falsche Einfahren in die Autobahn zur taghellen Mittagszeit weder auf Ortsunkundigkeit noch auf das Telefongespräch mit seiner Frau zurückgeführt werden kann, sondern auf Übermüdung. Für die Übermüdung spreche auch das Überhören der Hubsignale des Zeugen Kruse. Aufgrund dieser Übermüdung, aufgrund dieses körperlichen Defizites, ist es zu dem folgenschweren Unfall gekommen. Sehr schwere körperliche Verletzungsfolgen bei den beiden Zeugen Jakobi, insbesondere bei der Ehefrau, die infolge dieses Unfalles das sehr schmerzliche Erlebnis hatte, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat und mit der Wahrscheinlichkeit leben muss, dass sie möglicherweise jetzt kein Kind mehr bekommen wird. Bei dem Unfall ist Herr Lopau selbst auch schwer verletzt worden. Von den Verletzungen abgesehen ist darüber hinaus auch erheblicher Sachschaden entstanden. Zum Rechtlichen ist noch Folgendes anzuführen. Nach der derzeitigen Rechtslage ist das Geisterfahren, das Falschfahren entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn bisher so weit nicht besondere, gravierende, erschwerende Umstände, die hier nicht vorliegen, nämlich beispielsweise absichtsvolles Verhalten hinzukommen, lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Hier wird aus diesem Fahrverhalten deshalb ein Vergehenstatbestand, und zwar neben dem der Körperverletzung, tat einheitlich dazu, weil, wie festgestellt wurde, ein körperlicher Mangel dazu geführt hat, dass Herr Lopau falsch in die Autobahn eingefahren ist. Zur Strafzumessung ist Folgendes auszuführen. Auf der Seite der strafmildernden Gesichtspunkte ist zum einen zu bewerten, dass Herr Lopau, obgleich er seit vielen Jahren am Straßenverkehr teilnimmt, völlig unbescholten ist. Außerdem müsse man berücksichtigen, dass der Angeklagte selbst schwer verletzt worden sei, dass er unter seinem Verschulden an dem Unfall leide und die Folgen zutiefst bedauere. Bei den Strafschärfungsgesichtspunkten seien die schweren körperlichen und seelischen Verletzungsfolgen bei dem Ehepaar Jakobi zu berücksichtigen. Wenn all diese Gesichtspunkte in der Gesamtschau gewürdigt werden, dann meine ich, dass eine Geldstrafe der Sache gerade noch Schuld und Tat angemessen ist. Eine Geldstrafe, die allerdings spürbar auszufallen hat. Ich meine, dass sie mit 120 Tagessätzen angemessen angesetzt ist. Der einzelne Tagessatz ist entsprechend der Einkommensverhältnisse des Herrn Lopau auf 60 Mark festzusetzen. Friedrich Lopau ist um eine Freiheitsstrafe herumgekommen. Mit 120 Tagessätzen ist er allerdings vorbestraft. Als Beamter muss er eventuell noch mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Geldstrafe 7.200 Mark, PKW-Totalschaden 7.000, macht zusammen 14.200. Mit noch sechs Monaten Entzug der Fahrerlaubnis ist die Richterin weit unter dem Antrag des Staatsanwaltes geblieben, der 14 Monate gefordert hatte. Die Gerichts- und Anwaltskosten übernimmt seine Rechtsschutzversicherung. Offen bleibt, ob seine Kaskoversicherung die 7.000 Mark für sein Auto zahlen wird. Herr Hertel, wie sehen Sie denn das? Ja, es bleibt dabei. Das Gericht hat Herrn Lopau verurteilt, weil er stark übermüdet Auto gefahren ist und den Unfall verursacht hat. Starke Übermüdung ist ein körperlicher Mangel, ähnlich wie Alkoholbeeinflussung, führt zur absoluten Fahruntauglichkeit. Und das ist grobe Fahrlässigkeit im Sinne unserer Bestimmungen. Vielen Dank, Herr Hertel. Auf annähernd 100.000 Mark also beläuft sich der gesamte materielle Schaden, der im Zusammenhang mit dem Geisterfahrerunfall entstanden ist. Dazu kommen die schweren körperlichen und seelischen Verletzungen der Betroffenen. Ich denke, der Fall Friedrich Lopper zeigt uns, dass wir nicht nur nüchtern, sondern auch hellwach und konzentriert fahren müssen, wenn wir hohe Strafen vermeiden und uns und anderen schwere Verletzungen ersparen wollen. Die Sitzung ist dann geschlossen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.